die dhv news vom 28 oktober 2022 führerscheinaktion hashtag liberale lappen jetzt offiziell die eckpunkte der regierung herzlich willkommen bei den dhv news die wie üblich vorweg paar kleine hinweise nächste woche gibt es schon wieder keine news diesmal nicht wegen urlaub oder weil wir irgendwelche krankheiten planen ich bin nächste woche in den niederlanden in eindhoven zur 25 jahres feier der plattform cannabis unternehmigen niederlande also die kollegen vom coffeeshop verband nebenan sozusagen und andere cannabis unternehmen da fahr ich mal hin international besetztes symposium über internationale legalisentwicklung und so weiter ja wer lust hat ich glaube da kann man auch karten kaufen und hingehen und so weiter als besucher vielleicht interessiert euch das ja und der zweite hinweis ist dass es ein csc dachverband jetzt gibt ein dachverband der sich mit cannabis social clubs beschäftigt also lauter mitglieder hat die selber vor ort cannabis social clubs sind also anbauvereine für cannabis die jetzt natürlich noch nicht cannabis anbauen dürfen sondern es geht jetzt erstmal darum lobby dafür zu machen dass es demnächst soweit ist dass man das darf und sich vorzubereiten dann eben die mitglieder zu versorgen über gemeinsamen anbau im verein es gibt auch keine homepage oder so deswegen hier nur die kurze ansage immerhin gibt es aber jetzt einen account auf twitter csc dachverband habt ihr das mal gehört ja ich sage mal bescheid wenn homepage da ist und da weitere informationen kommen und noch ein kleiner hinweis last minute mäßig mir mit in die sendung gerade reingeschoben noch gerade auf dem zettel gekritzelt ich soll doch mal sagen dass sich der dhv shop über bestellungen freut also für die die es nicht wissen ja es gibt einen dhv online shop auf fanverband.de zu erreichen in der zeitbader shop ja und da gibt es hodis zu kaufen zum beispiel also fleißig hodis kaufen und dann freut sich der shop wurde mir gesagt so jetzt aber führerscheinaktionen liberale lappen wichtig ja insbesondere für die die zuerst jetzt heute gleich freitags zuschauen wir haben mal wieder eine aktion am laufen die das wissen problem betreffen wir haben einen artikel auf unserer seite handverband.de veröffentlicht wo wir diverse hinweise dafür zusammengetragen dass verkehrsminister volker wissing fdp nichts machen will in sachen cannabis und führerschein das ging so ein bisschen hin und her erst hat er gesagt schon im august beim verkehrsgerichtstag ist gar nicht zuständig für das thema das sollen gefälligste die gerichte alleine machen dann zwischendurch hat auf abgeordneten watch mal gesagt dass man jetzt erstmal in ruhe legalisieren soll und dann irgendwann mal gucken was mit dem führerschein thema ist und insbesondere geht es natürlich um thc grenzwerte für den straßenverkehr so ähnlich wie eben auch bei alkohol diese 0,5 promille grenze die ja im moment extrem niedrig angesetzt ist so dass hoffenweise nüchterne cannabis konsumenten ihre führerscheine verlieren fast alle von euch kennen das problem und es ist ein bissing problem und das haben wir hier schon mal adressiert haben schon brief geschrieben und alles mögliche auch die antwort auf den brief auch an viele von euch die da mitgemacht haben bei der aktion war wieder will ich nichts mit zu tun haben hat er hat hat er seine Staatssekretäre da irgendwie erklären lassen auch uns ja das sollen die gerichte machen will er nichts mit zu tun haben auch deswegen sagt er weil eben die grenzwertkommission sich nicht auf einen konkreten vorschlag einigen konnte ja das ist so die fachleute da haben sich gestritten und die einen sagten ja dreieinhalb nanogramm könnte ein guter grenzwert sein die anderen haben gesagt ja nee das ist irgendwie geraten ja das ist blöd aber immerhin hat der verkehrsgerichtstag ja die politik wohlgemerkt aufgefordert also den gesetzgeber da was zu machen den grenzwert angemessen anzuheben und volker wissing will sich da drücken da haben wir eben etliche hinweise jetzt zu ganz offensichtlich eindeutige statements des verkehrsministeriums keine änderung aus der richtung zu erwarten was den grenzwert angeht und auch in den eckpunkten die jetzt veröffentlicht worden sind ist da nichts gekommen ja und auch diese diese rückzug auf diese geschichte ja grenzwertkommission hat ja nichts gesagt die waren sich nicht einig deswegen können wir nichts machen ja die experten wissen ja nicht was wollen ja wer ist denn ein experte ja verkehrsministerium ja wohl und nicht irgendwelche gerichte die richter müssen mit allem möglichen zeug befassen und wissing sagt die richter sollen das klären ja sonst irgendwelche experten ranholen gutachter die ihnen was erzählen dann sollen die gerichte entscheiden ja und wissing beleidigt im prinzip seine fachleute im ministerium sagt ja wir können das hier nicht ja ich habe ja keine vernünftigen mitarbeiter die das einschätzen können ja sollen halt lieber richter machen die mit allem möglichen befasst sind anstatt jetzt meine leute hier im ministerium ja das ist schon ein bisschen erbärmlich da können wir nicht mit leben sage ich jetzt mal so ja zumal eben das führerschein thema der einzige baustelle ist in diesem ganzen legalized zirkus der der regierung gerade abläuft wo die fdp federführend zuständig ist über ihren verkehrsminister ansonsten ist ja bekanntermaßen lauter bach als gesundheitsminister spd-mann zuständig für die legalisierung für das legalisierungsgesetz kommen ja gleich nochmal ausführlich dazu aber fdp kann sich profilieren indem sie die führerscheine der handfreunde rettet und dafür sorgt dass eben nur bekiffte leute geahndet und sanktioniert werden die da eben teilnehmen am straßenverkehr aber nicht die nüchternen die gestern oder vorgestern geraucht haben da haben wir also große protestwelle jetzt nochmal laufen weil er eben keine lust hat ja der hat angst vor bild zeitung dann auch läuft er letztendlich raus er hat einfach keinen bock auf ein kontroverses thema drückeberger und wir protestieren ab heute seit heute morgen schon auf twitter insbesondere mit dem hashtag liberal lappen der trendet seit kurz nach elf wo wir die aktion gestartet haben angekündigt haben wahrscheinlich auch jetzt wenn ihr hier freitags diese news seht ja so flott auf twitter wenn ihr nicht hier schon dabei seid und ein paar tweets absetzen richtung liberale ruhig mal fdp markieren fdp bundestagsfraktion wissing markieren und sagen so geht das nicht ja hashtag liberale lappen wir wollen da mal ein bisschen aktion sehen von den liberalen sollen sie mal liefern jetzt auch gerne im real life fdp politiker ansprechen ja ist immer nur von twitter die rede ihr könnt natürlich auch in anderen sozialen netzwerken hashtag benutzen da ist halt nur mit dem ranking eben nicht so spannend irgendwie und ihr könnt vor allen dingen eben auch überall sowohl in anderen netzwerken als auch im echten leben fdp politiker ansprechen egal ob der jetzt ein kommunalpolitiker ist der im stadtrat sitzt oder jemand den ihr kennt zufällig der bei den jungen liberalen mitmacht oder so einfach mitgeht ist sprecht die an ja macht die kirre irgendwie dass das auch nicht geht mit dem führerschein wissing kann sich da nicht einfach drücken er ist verkehrsminister und soll sich gefälligst um verkehr kümmern und nicht sagen ja das sollen irgendwelche richter machen geht gar nicht klar die fdp darf das nicht versauen wenn sie da glaubwürdig bleiben will ansonsten kann man nur sagen hat die fdp verloren wenn die datt nicht geregelt kriegen in dieser legislaturperiode und es sind sich auch alle politiker einig das kann man rauslösen aus dem ganzen legalize zirkus ja kann man eben auch vorher machen vor der legalisierung schon und nicht irgendwann später danach ähm und da eine schnelle lösung herbeiführen also liberale lappen heute mitmachen jeder der irgendwie twitter account hat ähm vielleicht macht er euch auch einen ja und die absoluten twitter verweigerer ja wegen elon musk oder was der das jetzt gerade übernommen hat den laden ja dann sucht euch den nächsten besten fdp politiker und sprecht den mal an oder die ja dass das so nicht geht wir haben ein wissing problem und ihr wollt alle nicht da hat im ganzen in der ganzen legislaturperiode nichts passiert warten auf die richter können ja ewig ja das vielleicht auch noch dazu gesagt dieser ein nanogramm grenzwert den die richter irgendwann mal als analytischen grenzwert festgelegt haben der hat ja nichts damit zu tun dass da eine verkehrsgefährdung stattfindet sondern die haben damals gesagt ja noch unter ein nanogramm kann man gar nicht mehr messen konnte man damals halt nicht ja das geht schon fast 20 jahre dieser grenzwert ein nanogramm und ja hat schon tausende führerscheine gekostet von nüchternen leuten und da kann man nochmal 20 jahre warten ja das will keiner also muss jetzt die fdp mal liefern wir haben jetzt gerade eine reform regierung ja also soll sie auch reformen machen jetzt genug von liberalen lappen alle vielleicht mal kurz pause drücken oder warte mal eben liberale lappen auf twitter eingeben so eckpunkte der regierung erst mal vorweg in der letzten ausgabe hier habe ich ja zitiert eine aussage von burkhard blienert bundesdrogenbeauftragter auf die frage wann kommen denn jetzt die eckpunkte der regierung angekündigt waren die für oktober und da war eben weit und breit war nichts zu sehen von eckpunkten und er hat nicht geantwortet wie zu erwarten gewesen wäre ja wer liefern noch im oktober ja wie versprochen sondern hat gesagt auf die wand frage ja die kommen irgendwann die eckpunkte ja die kommen dann schon ohne irgendeine zeit zu nennen ja einfach nur gesagt die kommen und da habe ich gedacht oh alarmglocken ja das wird nichts im oktober das ist so eine verschiebungs antwort ja das ist irgendwie das das ist alarmglockig ja das wird später werden ja und habe da gesagt okay das riecht alles nach verzögerung deswegen habe ich den hut auf heute ja extra von meinem opa selig mitgebracht ja dann ein lw hut ist ja noch reingestickt um den zu ziehen vor burkhard blienert und karl lauterbach sie haben pünktlich geliefert ende oktober wie versprochen so weit so gut das immerhin hat gut geklappt ja also sorry dafür ich hätte fast noch mit irgendwem gewettet aufgabe auf twitter ja das hat nichts wird im oktober gut habe ich zum glück ist das nicht zustande gekommen sonst hätte ich nämlich jetzt die wette verloren wir haben ja auch recht gewesen ja kanau 300 aber nur deswegen jetzt die eckpunkte geliefert worden sind noch rechtzeitig weil wir so ein theater gemacht haben ja kann auch sein dann sollen wir dann auch recht sein jetzt noch mal zu der frage wie ist das ganze papier zustande gekommen da gab es ja viel verwirrung auch vor zwei wochen schon wo wir diskutiert haben ein entwurf der geleakt wurde aus dem ministerium wir haben auch in unserer presse mitteilung gleich von entwurf gesprochen von einem geleakten entwurf war eigentlich klar genug dass da irgendwie die rede davon war nicht von einem offiziell vorgestellten papier sondern eben von einem internen papier das sich noch in abstimmung befindet wir haben es trotzdem kommentiert weil das recht restriktiv war haben da eigentlich kritik losgelassen an der geschichte ja damit eben auch in den ministerien bei der abstimmung darüber nachgedacht wird über den einen oder anderen punkt das blöde war nur ja die ursprüngliche quelle rnd redaktionsnetzwerk in deutschland die hatten dieses ding vorliegen diesen zwischendurch entwurf haben das auch korrekt dargestellt und dann sind alle möglichen anderen medien drauf gesprungen haben gesagt lauter wach hat die eckpunkte vorgestellt ja also lauter wach hatte damit gar nichts zu tun in dem moment entsprechend hat das bmg auch dementiert und gesagt ja nee das sind keine offiziellen eckpunkte haben wir nicht vorgestellt ja das ist noch eine abstimmung das hat sicherlich viele verwirrt und kann man nur sagen ja manchmal kann ich auch nur die hände über dem kopf zusammenschlagen was so alles als qualitätsjournalismus aller süddeutsche zum beispiel ist mir aufgefallen da durchgeht das ist kein qualitätsjournalismus ja das ist murks wenn man sagt da ist ein geliebtes eckpunktepapier und macht daraus lauter wach stellt eckpunkte vor ja das geht gar nicht klar und wir haben ja auch gemerkt wie sehr das die leute verwirrt hat wenn wir vorher gewusst hätten was die medien daraus stricken hätte man noch deutlicher in unsere pressmitteilung reingeschrieben hallo leute das ist nicht offiziell aber ist ein papier was da kursiert zwischen den ministerien so jetzt noch mal bevor wir bevor ich auf die ganzen details eingehe was da jetzt kein genau drin steht im alten und neuen entwurf und so weiter noch mal ganz grundsätzlich lauter wach kündigt an dass diese eckpunkte wie sie jetzt vorgestellt wurden der eu-kommission zur prüfung vorgelegt werden sollen wir haben ja schon viel gehört hier in den letzten wochen und monaten das eu recht ein problem ist dass die legalisierung in deutschland womöglich dagegen verstößt ja da das dann ein haufen ärger geben könnte oder wird ja je nachdem welchen experten man fragt und das hier was lauter wach da vorgeschlagen hat ist eine möglichkeit damit umzugehen eine mögliche strategie die interpretationsstrategie sozusagen er hat nämlich vor der eu und der un un ja auch da verstößt man ja auch gegen konventionen denen zu erklären dass das im sinne der konvention ist weil da geht es ja darum drogenprobleme zu verringern abhängigkeit zu verringern konsumenten zu schützen und kriminalität zu bekämpfen alles das sagt lauter wach vernünftigerweise kann man besser erreichen mit einem regulierten markt und da in den verträgen ist zum teil auch die rede davon dass eben der unerlaubte handel mit cannabis verboten und unterbunden werden soll aber es geht ja hier um erlaubten handel ja so kann man da eben mal versuchen damit durchzukommen sozusagen mit so einer argumentation das haben sie jetzt vor so weit so gut spricht auch nichts dagegen zumal eben das auch auf eu-ebene für diskussionen sorgen wird ja die anderen staaten müssen sich da jetzt irgendwie positionieren müssen selber noch mal nachdenken okay deutschland bilder jetzt legalisieren was macht man damit wollen wir vielleicht selber auch mal reformen anstoßen und so weiter also das ist sicherlich erstmal nicht verkehrt dann ist aber die frage wie geht es dann weiter ja man muss ja doch skeptisch sein ob die eu da wirklich zusagt oder ob da ein veto kommt und die eu-kommission sagt ja das können wir vergessen ja das verstößt gegen die konventionen und gegen unsere verträge und so das wollen wir nicht ja und dann ist eben die frage was passiert dann also zum beispiel ist ja ungarn bekannt dafür ständig gegen irgendwelche vorgänge da in der eu veto einzulegen zu protestieren und so weiter das kann also gut sein dass da kein grünes licht kommt und dazu hat lauterbach folgendes in der pressekonferenz gesagt wenn eine solche vorabprüfung klar ergeben würde dass dieser weg für die europäische kommission nicht gangbar ist dann würden wir auf dieser grundlage auch keinen gesetzentwurf entwickeln ja also das wäre natürlich wirklich ein desaster wenn dann im prinzip das projekt einfach fallen gelassen wird ja jetzt kann man natürlich interpretieren was meint er damit er will auf dieser grundlage dann so nicht weitermachen ja will dann vielleicht kleine veränderungen an den eckpunkten vornehmen und dann weitermachen oder was aber ist ja doch wenn überhaupt mit gegenwehr eher mit sehr grundsätzlichem widerspruch der eu kommission zu rechnen und dann kann er gar nicht mehr weitermachen auf dieser grundlage sozusagen dann mit legalisierung und das ist natürlich wirklich ein problem wenn er sagt ja aber wir fragen mal lieb danach ja und wenn die nein sagen ja dann lassen wir halt ja das ist natürlich eine strategie das machen wir als deutschland bei vielen anderen punkten nicht so wenn uns irgendwas wirklich wichtig ist vielleicht erinnert ihr euch noch dran ich habe damals als die ampelregierung kam und dieser spektakuläre koalitionsvertrag vorgestellt wurde habe ich gesagt hat gibt schon noch ein paar hürden ja ein paar waren offensichtlich wie eben internationales recht bundesrat ja das immer noch ein wichtiger punkt aber eben auch die motivation der spitzenpolitiker ja das kommt irgendwann später zum tragen habe ich gesagt wenn es darum geht das ganze wirklich durchzubringen auf den internationalen ebenen eben auch gegenüber der eu ja da sind irgendwelche fachleute irgendwelche juristen im gesundheitsministerium nicht diejenigen die machen die können den entwurf schreiben das gesetz schreiben und sich alles mögliche detailkram überlegen aber am ende müssen die spitzenpolitiker rumlaufen an der eu und sagen wir machen hat jetzt ja stellt euch auch im kopf und im zweifelsfall können wir auch ein vertragsverletzungsverfahren mal aushalten ja deutschland hat schon 950 vertragsverletzungsverfahren bei der eu irgendwie hinter sich das kann man da im system irgendwie nachgucken bei der eu-kommission und ja da muss man eben dann im zweifelsfall auch mal auf konfrontation ankommen lassen wenn überzeugung nicht funktioniert ja da muss man dann eben kämpfen und nicht einfach nur lieb nachfragen und das ist der wichtigste und grundsätzlich größte kritikpunkt und größte risiko an dieser strategie und beziehungsweise am lauterbach ja ob das wirklich dann so von allen so gedacht war wie er das jetzt da vorstellt weiß man ja auch nie so genau lauterbach faselt auch gerne mal so ein bisschen rum jedenfalls im cannabisbereich kann ich statt nur beurteilen ja da dann oft auch mal sachen kommen wo man denkt das hat er jetzt aber gerade frei erfunden und das macht nicht wirklich sinn aber immerhin ja er ist eben der gesundheitsminister ist dafür zuständig und da hoffe ich doch mal da noch ein bisschen mehr kampfgeist entwickelt als das ja einfach nur mal nett zu fragen da so geht das eben nicht und was da auch noch dran hängt was auf jeden fall zwischen den zeilen rauszuhören ist dass die gar nicht weiter arbeiten wollen am gesetzentwurf ja die ansage war ja eigentlich bis zum ende des jahres gibt es einen gesetzentwurf von lauterbach und auf grundlage eben der eckpunkt ja oktober eckpunkte ende des jahres gesetzentwurf das war die ansage und jetzt sagt er im prinzip er deutet auf jeden fall mehrfach an dass das nicht passiert ja dass sie jetzt gar nicht weitermachen mit den eckpunkten und die auf die eine oder andere weise in paragrafen um münzen ja vielleicht auch mal plan a plan b in den paragrafen reinschreiben oder so sondern das jetzt im grunde einfach abwarten ja und er sagt dann eben auch wenn dann eben das grünlich kommt aus der eu dann sind wir rucki zucki in der lage mal eben schnell gesetz zu schreiben ja und das ist aber natürlich quatsch ich glaube da wieder das ganze projekt massiv unterschätzt weil eben ganz viele details in diesen eckpunkten kann ich gar nicht drinstehen die gar nicht entschieden sind das habe ich auch gesagt ja wenn die wollen schaffen die das im oktober vorzulegen indem sie einfach genug sachen weg lassen die noch nicht geklärt sind an paar stellen lassen sie auch dinge offen wie obergrenze besitzobergrenze 20 bis 30 gramm ja das ist keine entscheidung ja dann kann so kann ich natürlich eckpunkte schnell vorlegen wenn ich einfach sachen offen lasse und details gar nicht entscheide und dann geht auch ein gesetzentwurf nicht schnell wenn ich dann erst anfangen diese ganzen details zu klären deswegen müssen die jetzt weitermachen da egal was mit der eu ist wir wissen noch gar nicht wie lange prüft denn überhaupt die eu das kann auch ewig dauern weiß auch keiner so richtig insofern sollten die gucken dazu weiterschreiben am gesetz weil sie auch dabei erst auf bestimmte details stoßen werden ja die einem vorher gar nicht so einfallen na das ist dann on the way das haben wir eben bei unseren eckpunkten auch gemerkt ja je tiefer man einsteigt je mehr man darüber nachdenkt je mehr man sagt okay das würden wir so und so regeln ja dann fällt einem wieder die nächste frage ein und was macht man dann damit ja und was machen wir wenn einer was weiß ich seine seinen eigenen baum kleingarten macht und seine ernte nach hause bringen will kriegt er dann eine sondergenehmigung oder was für mehr als den normalen besitz in der öffentlichkeit ja lauter so blöde fragen die einem dann kommen erst wenn man wirklich daran arbeitet also insofern ja entweder ein appell an lauter bach ja sag deinen leuten die sollen weitermachen oder vielleicht ist es auch einfach so dass lauter bach das jetzt nicht so 100 prozent präzise dargestellt hat und die sowieso weitermachen am gesetz ja das kann auch sein das weiß man immer nicht so genau auf jeden fall hat er da sagt wir schaffen das dann wir sind in der lage mal ebenso dann später einen entwurf aus dem ärmel zu schütteln wenn wir dann irgendwas hören von der eu das ist nicht realistisch fürchte ich so da kommt ja auch noch dazu genau lauter bach hat ja im prinzip auch sein eigenes versprechen kassiert habe ich schon gesagt bis ende des jahres die den gesetzentwurf zu liefern aber er verliert auch ich geld dadurch ja der haushaltsausschuss hat ja damals schon druck gemacht im mai war das dass es um die kurde also um die um die haushaltsverhandlungen ging da haben die gesagt eine millionen soll karl lauter bach kriegen für die öffentlichkeitsarbeit des gesundheitsministeriums aber erst wenn der gesetzentwurf vorliegt dieses jahr noch ja soll dieses jahr vorlegen dann kriegt er die millionen und wenn nicht dann nicht und jetzt sagt er die diesen gesetzentwurf gibt es nicht dieses jahr also außer die eu-kommission sagt morgen mittag ja okay mach mal das gesetz dann schafft das vielleicht noch aber ansonsten hat er gesagt macht er nicht mehr dieses jahr er hat sein versprechen nicht eingehalten damit ja oder mir höchstwahrscheinlich würde das nicht einhalten und ich bin sehr gespannt ob dann wirklich der haushaltsausschuss da irgendwie hart bleibt und bei seiner entscheidung bleibt und ja er die millionen halt nicht kriegt ja das wäre dann noch mal ein ding da müssen wir noch mal recherchieren da habe ich noch nichts zu gehört ja wie dann damit umgegangen werden soll aber da wollte ich doch mal darauf hinweisen ja dass das eben auch ein punkt ist wo er mit seinem ministerium richtig geld verdient verliert soviel erstmal zu diesem grundsätzlichen problem ja die an diese die sich mit dieser strategie ergeben kommen wir mal zu den details ja angenommen das klappt ja mal positiv gesponnen das ganze ja weil sowieso jede menge andere eu länder auch gerne selber reformen durchziehen wollen richtung legalisierung zumindest gehen wollen oder zumindest nichts dagegen haben sich mal anzugucken wie das in deutschland läuft ja und selber erst mal füße still halten aber doch gerne mal gucken wird das ist das positiv oder negativ ich denke das könnte theoretisch schon so sein dass die meisten staaten das wollen ja nur wenn das ein einstimmiger entschluss sein muss ja und keiner ein veto einlegt dann wird schwierig gehen wir mal davon aus das passt so das geht da durch so was steht jetzt da drin was will denn jetzt die regierung erst mal es ist ein regierungspapier von der bundesregierung das heißt nicht dass das endgültig der plan der ampelregierung ist sondern ist der plan der ministerien also auch der ministerien wo noch ein haufen cdu leute rumsitzen ja gerade im gesundheitsministerium das ist ja ewig cdu regiert gewesen und die schrauben jetzt an einem legalisierungsgesetz der ampel rum ja da ist natürlich jetzt nicht unbedingt das gleiche wie wenn die ampelpolitiker im parlament sich das ganze angucken und durch die bank weg fdp grüne spd haben die zuständigen politiker alle schon angemeldet was sie gerne noch ändern wollen und im parlamentarischen verfahren war das gesetz ja noch gar nicht ist der entwurf der eingebracht wird ins parlamentarische verfahren auf dieser grundlage ja der entwurf ist ja auch noch gar nicht fertig ja aber die regierung sagt okay wir stellen es halt so vor und jetzt bitte liebe parlamentarier ja guck mal was er draus macht da wird anhörungen geben da werden wir dann auch wieder einsteigen die ganze debatte nachdem jetzt zwischen den letzten anhörungen der regierung und dieser eckpunkte geschichte ein paar monate nichts passiert ist ja war irgendwie ein bisschen still die zeit jetzt geht das dann demnächst dann wieder los auch über die details zu diskutieren vor allen dingen wenn eben gesetzentwurf ins parlament kommt so also ist noch lange nicht irgendwie alles so geregelt oder klar wie das jetzt da in diesem papier steht zu den einzelnen dingen die sich verändert haben erstmal seit diesem entwurf der letzte woche kritisiert wurde auch von uns ja da ist zum beispiel die thc obergrenze rausgeflogen da stand ursprünglich drin 15 prozent thc obergrenze für alle cannabis produkte was stärkeres sollte in den legalen läden nicht geben wo wir auch gesagt haben ja gut dann können wir gleich vergessen mit der verdrängung des schwarzmarktes ja viele haschraucher zum beispiel werden sich das nicht irgendwie geben da irgendwie 15 prozent hasch nur noch zu kaufen die kaufen dann lieber weiter qualitäts hasch aus marokko oder so das ist also raus ja keine thc obergrenze mehr und auch die 10 prozent grenze für 18 bis 21 jährige ist nur noch eine prüfung das soll geprüft werden ob man da eine thc obergrenze noch macht bis 21 aber ist jetzt nicht mehr so festgelegt wobei ein prüfauftrag für einen der ein gesetz daraus schrecken soll natürlich auch blödsinn ist ja da haben sie eine entscheidung verschoben ähm dann besitz obergrenze von 20 gramm ursprünglich jetzt 20 bis 30 genau dasselbe ja also wo sie gesagt haben ja okay 20 vielleicht was wenig müssen wir vielleicht anheben ja es gab proteste und so weiter aber geklärt haben sie es nicht so richtig dann ähm war von zwei pflanzen für den eigenanbrauch einbau die rede ja wo wir auch gesagt haben hey das ist zu wenig ja muss mehr sein zwei pflanzen gibt es nirgendwo auf der welt jetzt haben sie drei pflanzen reingeschrieben okay immer noch zu wenig aber immerhin auch besser ja ohne sind drei weibliche blühende pflanzen das heißt äh stecklinge kann man dann noch hinterher ziehen sozusagen um dann eben dauerhaft meinetwegen zu jeder zeit drei weibliche blühende pflanzen zu haben für die die halt ein hoffendes Zeug ernten wollen also alle drei wesentlichen kritikpunkte vom letzten mal haben sich verbessert ja tatsächlich also gelohnt die protestiere rei auch wenn es da noch kein offizieller entwurf war ne der hat sich unterwegs auch nochmal verschönert ja auch durch unsere ähm proteste so weit so gut überhaupt ja bevor ich jetzt auch noch weiter dran rum kritisiere was uns alles nicht passt an diesem entwurf sei nochmal gesagt da ist nicht alles schlecht was da drin steht ja cannabis soll komplett raus aus dem betäubungsmittelgesetz das ist schon mal grundsätzlich gut und auch mit vielen anderen punkten sind wir einverstanden die da drin stehen die erwähne ich jetzt nicht alle großartig ja aber ich würde doch mal sagen auch wo ich ja bei den expertenhearings dabei war ja und das gehört habe eins zu eins was die ganzen anderen leute da erzählt haben in diesen regierungseckpunkten steckt immerhin mehr dhv als thomasius drin ja das kann man glaube ich schon so sagen ähm das ist nicht alles schlecht so unsere forderung nach evaluierung zum beispiel ja das ist auch ganz interessant da haben wir auch gesagt das stand das ist der einzige punkt der koalitionsvertrag noch mit drin stand ja das soll nach vier jahren evaluiert werden wo wir gesagt haben ja da müssen wir vorher schon daten erheben vor der legalisierung äh sonst könnt ihr ja überhaupt nicht vergleichen vorher nachher je nachdem was ihr da untersuchen wollt und da steht in den eckpunkten tatsächlich drin es wurde schon ein auftrag vergeben dann erster ja auch mal zu checken was soll man denn überhaupt alles messen dann vorher nachher mäßig und evaluieren bin gespannt ich hoffe ich finde bald raus wer den auftrag gekriegt hat ja was die da so machen ähm auf jeden fall das ist ein interessantes detail ja wo man sagen kann okay da steckt die hv drin die haben sich angeguckt was wir da aufgeschrieben haben wir haben unsere eckpunkte gelesen und an etlichen stellen haben sie gemacht was wir vorgeschlagen haben so jede menge punkte trotzdem im detail wo wir verbesserungsbedarf sehen eben auch im kommenden parlamentarischen verfahren die drogenpolitischen sprecherinnen allesamt plus herr heidenblut der einzige der keine sprecherin ist äh haben verbesserungswünsche ich tue euch zum beispiel mal ähm ein insta live von gestern in die video beschreibung wo ihr wegge und heidenblut von der spd ein bisschen quatschen hören könnt über diese eckpunkte was sie gerne noch anders hätten und so weiter ich greife nur ein paar wichtige punkte raus führerschein problematik habe ich eben schon gesagt ähm läuft unsere aktion liberale lappen ja hashtag liberale lappen weil total ausfall kein nix mit führerschein ist zwar ein kapitel drin das wird so schwammig formuliert ähm da geht gar nix ja also da passiert überhaupt nichts wenn das äh so kommt äh da da heucht man wissing durch der gesagt hat ich will ja nicht reinschreiben dass die grenzwerte erhöht werden keine anbauklubs sind vorgesehen auch ein problem ja insbesondere gerade am anfang wenn eben die industrie sich dann aufbaut und die shops noch keine ware haben und so weiter ja dann sind äh anbauklubs ein wesentlicher baustein zur versorgung der leute der konsumenten mit legalem und ähm ja qualitätsgesichertem gras das muss da noch rein ähm outdoor anbau ist nicht vorgesehen auch ein ernsthaftes problem oder ein fehler meiner meinung nach einfach auch aus ökologischen gründen weil eben der outdoor anbau als einziger definitiv keinen strom verbraucht ja da ist vielleicht nicht die total super fein manikürte spitzenblüte von unter der lampe weg die da rauskommt und vielleicht auch nicht ganz so stark will aber auch ja gar nicht jeder irgendwie so ein kloppergras haben was ihr einen sofort umhaut ja ein bisschen sonne gesehen ist nicht verkehrt hat man ein bisschen sanftere sorten und man kann hasch draus machen ja dann ist das eben auch ähm mit relativ günstigen kosten sind die blüten dann herzustellen und dann klopft man die halt aus macht schönes hasch draus und so spricht überhaupt nichts dagegen ja muss man vielleicht einen zaun drum machen okay aber das ist ja trotzdem immer noch eine gute sache ist im moment nicht drin in den eckpunkten muss da noch rein oder online handel ist auch nicht mehr vorgesehen auch ein problem in der heutigen zeit zumal der drogenhandel ja auch jetzt auf dem schwarzmarkt schon immer mehr übers internet läuft ja da hat internet komplett auszublenden ist nicht zukunftstauglich ja da muss man noch mal drüber reden oder die besitzobergrenze die jetzt eben mit 20 bis 30 gramm angegeben ist ist die einzige die angegeben wird für im öffentlichen raum und in privaten räumen und was dann mit der ernte beim eigenanbau passieren soll steht nicht da auch da muss noch mal eine grenze mindestens für privaträume eingezogen werden die sehr viel höher liegt oder am besten gar keine obergrenze in privaträumen da kann man halt anbauen und kann sich auch eine sammlung zuhause hinlegen oder irgendwas 20 bis 30 gramm zuhause ist halt wirklich blödsinn keine edibles auch so ein punkt ja man wird nicht jetzt ein stück torte mit cannabis kaufen können oder sowas die orale einnahme ist zwar erwähnt aber dann eben mit tropfen kapseln sprays und so weiter nicht und so weiter damit kann man orale einnahme vollziehen aber schmecken david nicht sozusagen das ist nicht vorgesehen strafbar bleibt nicht nur der handel ohne lizenz sondern auch das in verkehr bringen ohne lizenz und das betrifft auch zum beispiel wenn ich einfach freund was mitbringen will aus dem laden von wegen ja ich gehe mal eben rüber zum grasshop ja soll ich euch was mitbringen ja verboten ja da ist dann in verkehr bringen und dann habt dann ein problem oder man will man hat selber angebaut ist da stolz darauf wie bolle ja voll lecker und voll angenehme wirkung ja und will man freund ein paar pröbchen mitgeben oder so guck mal was ich da tolles gemacht habe ja strafbar ja habt da sofort irgendwie auch ein problem am hals nachdem wenn er wirklich in verkehr bringen stehen bleibt dass das strafbar bleiben soll ohne lizenz oder auch einfach ein joint weitergeben ja schienk normales gedöhnt irgendwie in einer netten runde ja beim netten sudoku abend meinetwegen ja mit freunden darf man keinen joint rumgehen lassen weil das dann in verkehr bringen ist völliger quatsch ja da müssen wir auch nochmal in die details ran es soll einschränkungen geben wo läden eröffnet werden dürfen und wo konsumiert werden darf also läden nicht in der nähe von schulen konsumieren nicht bei kinderspielplätzen und so kann man darüber diskutieren letzteres finde ich sinnvoll ersteres nicht ja immer aber das problem eigentlich dabei ist die bundesländer sollen weitergehende einschränkungen beschließen können und das wird zum flickenteppich führen dann habe ich doch wieder unterschiedliche regelungen in unterschiedlichen bundesländern und alle haben immer gesagt genau das wollen wir vermeiden das haben wir jetzt gerade mit den mit den geringen mengen die andauernd anders sind ja wenn man über grenzen bundesland grenzen fährt das wollen wir nicht haben oder hier darf ich meinetwegen in 50 meter abstand vom spielplatz konsumieren und da nur in 100 meter oder watt ja das ist auch quatsch also da müssen auch noch mal ran an diese formulierung das führt nur zu unsicherheiten dann letzter punkt wer in den letzten fünf jahren wegen eines btm verstoßes verurteilt worden ist also ein betragungsmittel straftäter ja der soll wieder eine lizenz bekommen für ein cannabis fachgeschäft oder anbau war doch immer irgendwo in der kette der versorgung lizenz haben wollen ist nicht für btm straftäter oder auch fachverkäufer im cannabis shop werden ist auch nicht für solche straftäter müsste erstmal fünf jahre abwarten und brav sein dann dürft ihr ja und da sehe ich keinen grund für das muss nicht sein das ist fortführung der des unrechts sozusagen was da stattgefunden hat weswegen überhaupt die leute verurteilt waren und worden sind braucht man nicht so und noch viele andere punkte ja wie gesagt aber das reicht jetzt erst mal die erstellung dieser eckpunkte war keine kleinigkeit und minister ist in der komplexität geht das über das hinaus was sagen wir an was durch einen schönen sudoku abend also abgerufen wird ja es gab natürlich eine menge reaktionen auf diese eckpunkte aus allen möglichen richtungen auch von uns natürlich aber ich will nur einen einzigen punkt rausgreifen den ich wirklich bemerkenswert fand nämlich die gdp gewerkschaft der polizei die haben einen neuen vorsitzenden seit kurzem jochen kupelke aus bremen und offenbar auch ein beschluss zum thema legalisierung bei der gdp der eben nicht mehr heißt wir sind gegen die legalisierung sondern wir wollen die legalisierung konstruktiv begleiten die fundamental opposition gegen die legalisierung hat die gdp offensichtlich aufgegeben ja die waren immer gegen legalisierung und haben immer ganz grundsätzlich dagegen gehalten und gewettert und ein riesen theater gemacht ja legalisierung ist der untergang des abendlandes was weiß ich ja und das haben die jetzt aufgegeben quasi und sagen nee lass uns das konstruktiv begleiten die politiker dazu entschieden das ist nicht unser bier das irgendwie zu beurteilen sondern lass lieber gucken da das ganze vernünftig aussieht wir haben da expertise und wir sind betroffen davon ja von euren komischen regelungen wir müssen das ausbaden am ende sozusagen und insofern sind auch die details die da genannt werden für viele aktivisten sicher interessant die eben auch befürchten zum beispiel bei einer besitz obergrenze dass sie dann ständig von der polizei kontrolliert werden da die polizei durch die obergrenze wieder einen grund hat andauernd irgendwie leute zu durchsuchen von wegen da steht bei einer obergrenze im gesetz ja jetzt will ich erstmal wiegen was du deiner tasche hast und genau solche punkte will die polizei gar nicht jedenfalls nach gdp darstellung ja die die wollen klare regeln ja die wollen wissen was oder machen sollen ja und am höchsten wenig davon machen klingt jedenfalls so zwischen den zeilen durch ja die wollen das gar nicht diese diese ständige kontrolliererei und so weiter von daher das geht schon in die richtige richtung sag ich mal auf jeden fall ist es ein erstaunlicher wandel auf den ich 20 jahre gewartet habe dass ähnlich mal die gdp sagt so kommen das schon okay mit der legalisierung lasst uns nur vernünftig machen ja das ist auf jeden fall ein sinnvoller ansatz soweit und eine prima entwicklung so jetzt noch eine kleinigkeit aus dem ausland ja das ausland wieder und zwar kanada da gibt es jetzt ein projekt in toronto erstmal nur aber sicherlich mit potenzial zur ausweitung da kann man jetzt über die app uber eat gras bestellen ja das da so wie man normal was weiß ich mal eben eine tüte saft bei rewe bestellen kann oder so einen laden da uber eat die machen auch so was und haben jetzt in zusammenarbeit mit liefli einem cannabis portal wo eben etliche shops in toronto auch angeschlossen sind und die ersten arbeiten jetzt zusammen mit denen da kann man in der uber app sich gras aussuchen muss dann noch eben altersprüfung überstehen ja sowohl bei der bestellung als auch bei der abgabe da muss man eben alt genug sein und dann ist gut ja dann kriegt man hat eben geliefert total locker easy peasy und noch mal der hinweis an die ampel irgendwie so ist die zukunft ja online handel könnt ihr nicht unterbinden vorher war ja denkt hat am besten gleich mit wie man das am besten schlau machen kann das war es jetzt erst mal für heute ja guckt meine video beschreibung mal wieder ja falls ihr das lange nicht gemacht habt da findet ihr den ganzen summs ja wenn euch das ganze gequatscht ihr noch nicht gereicht hat lest euch die ganzen eckpunkte durch ja dann findet ihr alles da oder das ganze statement der gdp und so weiter ich habe hier noch ein buchteil von dem vorgetragen was eigentlich spannendes in der video beschreibung steht auch die termine findet ihr da den link dahin und zwar sind das nur wenige diesmal ortsgruppen termine einmal treffen der ortsgruppe in würzburg in gründung ja flammen neue gruppe der da die sich da gründet freitag 28 oktober in bamberg ein infostand der dhv ortsgruppe samstag fünfter november und zwar zum bockbieranstich ja war doch immer das ist das bestimmt so ein fass was da kaputt gemacht wird damit da bier rausläuft bockbier ja das ist ich glaube das hat nötig diese veranstaltung dass da ein dhv infostand ist und mal über hanfau geredet wird dann haben wir heidelberg hybride teamsitzung also online und in echt montag 7 november und magdeburg offenes treffen der ortsgruppe dienstag 8 november das war's für heute like dieses video abonniert den kanal drückt die glocke und ich wünsche euch noch einen schönen tag und einen geruhsamen abend Elena methodik poetik mit